Jetzt noch ein kleines Beispiel zum Vertriebswagnis. Das Beispiel lautet wie folgt. In einem Handelsbetrieb sollen aus den effektiven Forderungsausfällen der Jahre 2003 bis 2007 die kalkulatorischen Wagniskosten für das Jahr 2008 abgleitet werden und für 2008 werden Außenstände in Höhe von 350.000 Euro angesetzt. Außenstand ist einfach nur ein anderes Wort für Forderung. Ich habe Ihnen das hier in der Tabelle aufgeschrieben. Wir haben hier für jedes Jahr den Bestand an Forderungen. Das ist die zweite Spalte. Und in der letzten Spalte haben wir dann stehen, was effektiv an diesen Forderungen ausgefallen war. Das passiert zum Beispiel, wenn ein Kunde von uns insolvent wird, sodass wir unsere Forderungen nicht mehr einholen können. Und unter Zugründerlegung dieser Zahlen betrugen dann die durchschnittlichen Forderungsausfälle der letzten fünf Jahre 3,44 Prozent. Das sehen wir, indem wir hier die Spalten einfach summieren und dann ins Verhältnis setzen. Dann sehen wir, der Anteil der Forderungsausfälle an den gesamten Forderungen war 3,44 Prozent und bei einem erwarteten Außenstand oder Bestand von Forderungen in Höhe von 350.000 Euro setzen wir also für das Jahr 2008 kalkulatorische Wagniskosten des Vertriebs mit einem Betrag von 12.040 Euro an.